Mein Name ist Klaus Gästwer, ich bin Professor für osteuropäische Geschichte und Landeskunde und der Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Universität Tübingen. Ich bin zum ersten Mal im Oktober 1988 nach Moskau gereist. Seit dieser Zeit reise ich regelmäßig sowohl nach Russland als auch in die Ukraine, von 2016 bis 2019, kurz vor der Corona-Epidemie, war ich regelmäßig in beiden Ländern, habe dort meine Freunde und Kollegen und Kolleginnen besucht und habe in der Zeit, in den letzten drei Jahrzehnten, immer wieder größere Forschungsprojekte sowohl mit russischen als auch mit ukrainischen Kollegen und Kolleginnen durchgeführt und bin mit beiden Ländern sehr eng verbunden und muss nun feststellen, dass durch den russischen Angriffskrieg meine lang gepflegten und mir sehr wichtigen akademischen Netzwerke leider vorübergehend zusammengebrochen sind. Weil zu beobachten ist, dass in der letzten Zeit sich in der deutschen Öffentlichkeit sehr meinungsstarke, aber auch oftmals ahnungslose Stimmen laut zu Wort melden, die ganz bestimmte Annahmen über die Gegenwart, die Geschichte und die Kultur Russlands und der Ukraine verbreiten, die wissenschaftlich sich nicht belegen lassen, ist es hier heute mein Anliegen, diese Falschannahmen zu thematisieren und einen klaren Blick auf die Entwicklung im östlichen Europa zu werfen. These 1. Die NATO hat Russland bedroht. Putin musste sich verteidigen. Ja, diese These ist schlichtweg Unfug. Leider ist es nach 1991 nicht gelungen, eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, in die Russland eingebunden und mit seinen imperialen Ambitionen auch eingehegt ist. Dazu haben unterschiedliche wechselseitige Missverständnisse beigetragen. Aber daraus ein Bedrohungsszenario Russlands durch die NATO abzuleiten, ist ziemlich übertrieben. Ich möchte hier an dieser Stelle nur die allrussische Offiziersversammlung zitieren, die am Tag der russischen Großinvasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 verkündet hat, dass die Gefahr aus dem Ausland herbeifantasiert worden ist, um die kriegerische Provokation eines Angriffs auf das Nachbarland zu kaschieren. Und wenn wir uns die Chronologie genauer anschauen, werden wir feststellen, dass in den 90er Jahren die ehemaligen Ostblockländer und auch die baltischen Staaten, die ja Teil des Sowjetimperiums gewesen sind, gute Gründe gehabt haben, der NATO beizutreten. Die Initiative zu dieser Erweiterungsrunde ging von diesen Staaten aus, weil Mitte der 90er Jahre waren in Russland wieder neoimperiale Stimmen zu vernehmen, die eben in den ostmitteleuropäischen Staaten und im Baltikum große politische Ängste ausgelöst haben, um deshalb dort die Regierungen dazu veranlasst haben, über einen NATO-Beitritt nachzudenken. In der westlichen Politik ist der NATO-Beitritt dieser Staaten lange Zeit kontrovers diskutiert worden, weil man auch im Blick hatte, dass sich Russland dadurch vielleicht etwas echauffieren würde. Deshalb hat man auch versucht, die Sicherheitsinteressen Russlands zu berücksichtigen und hat sie in der NATO-Russland-Grundakte von 1997 schriftlich fixiert. Und diese Grundakte ist dann 2002 zum NATO-Russland-Rat institutionalisiert worden. Und was steht drin in dieser Grundakte? In dieser Grundakte verpflichtet sich die NATO dazu, östlich der Elbe keine Militärstützpunkte zu unterhalten und auch nicht mehr als 5000 NATO-Soldaten der NATO-Beitretenden ostmitteleuropäischen Staaten zu stationieren. Das bedeutet, dass wir es hier nur mit einer politischen, aber eben nicht mit einer militärischen Erweiterung der NATO zu tun haben. Dieses Zerrbild, das immer in den Medien verbreitet wird, dass rund um Russland herum NATO-Stützpunkte aufgebaut worden wären, das entspricht eigentlich nicht der Realität. Und selbst nach 2014, nach der Annexion der Krim, war es so, dass niemals mehr als 8000 NATO-Soldaten auf dem Gebiet der neuen Beitrittsländer stationiert gewesen sind. Das heißt also, dass die NATO sehr darauf geachtet hat, dass die russischen Sicherheitsinteressen Beachtung finden. Ein weiteres Argument ist natürlich, dass in der ganzen Zeit die wirtschaftlichen Verbindungen, vor allen Dingen von Deutschland aus mit Russland, immer wieder ausgebaut worden sind. All das spricht doch dafür, dass die Interessen Russlands in der westlichen Politik doch sehr starke Beachtung gefunden haben. Und auch die immer wieder erwähnte Gefahr, die ausgegangen sei durch einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine, auch diese Gefahr ist mehr herbeifantasiert als Realität. Es hat unter der Bush-Administration 2007, 2008 die Idee gegeben, dass Georgien und auch die Ukraine der NATO in einer weiteren Erweiterungsrunde beitreten könnten. Allerdings haben dann Deutschland und Frankreich auf dem NATO-Gipfel im April 2008 das Veto gegen diesen Beitritt eingelegt. Die Kompromissformel, die gefunden wurde, war, dass die Ukraine und Georgien sich später mit ihrem Wunsch noch einmal an die NATO wenden können, um dort aufgenommen zu werden. Aber faktisch war damit der Beitritt der Ukraine und auch Georgiens eigentlich von der politischen Agenda in Europa verschwunden. Da brauchen wir uns kein Vormachen. Das ist etwas, was unmittelbar vor dem Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 Scholz, Macron und auch Biden immer wieder versucht haben, Putin zu vermitteln. Meines Erachtens ist die herbeifantasierte Bedrohung durch die NATO von Seiten des Kremls nur ein propagandistisches Zerrbild, um den eigenen Angriffskrieg als Präventivkrieg erscheinen zu lassen und damit von den tatsächlichen Gründen des Kriegsausbruchs abzulenken. These 2 Die Ukraine gehört historisch gesehen zu Russland. Völkerrechtlich gesehen existierte die Ukraine als ein selbstständiger Staat seit dem 1. Dezember 1991. Dort wurde damals noch innerhalb der Grenzen des Sowjetimperiums ein Referendum durchgeführt und 91 Prozent der in der Ukraine Befragten haben sich für die staatliche Selbstständigkeit der Ukraine ausgesprochen. Wir haben es also hier mit einem Akt der politischen Selbstbestimmung zu tun, weshalb die Ukraine heute schon seit über 30 Jahren als ein selbstständiger Staat existiert und ein Staat, der auch international weithin anerkannt ist. So zum Beispiel dadurch, dass die Ukraine auch Soldaten und Offiziere für UN-Friedensmissionen stellt. Von den Erfolgen der Ukraine im Bereich des Sportes und auch der Musik spreche ich hier erstmal gar nicht. In sechs völkerrechtverbindlichen Verträgen hat Russland dann nach 1991 auch die Selbstständigkeit, die staatliche Selbstständigkeit und auch die territoriale Integrität der Ukraine anerkannt. Putin hat allerdings nur begonnen seit einiger Zeit, das Völkerrecht durch eine imperiale Geschichtspolitik zu ersetzen, um der Ukraine so nicht nur ihr Land, sondern auch ihre Kultur und ihre Geschichte rauben zu können. Das ist ein sehr bizarres Geschichtsverständnis, das Putin besonders in seinem Traktat, das er im Juli 2021 veröffentlichte, zum Ausdruck brachte. Dieses Traktat trägt den Titel über die historische Einheit der Ukrainer und der Russen und die Thesen dieses Traktates sind im Wesentlichen dem großrussischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts entnommen. Und die Thesen laufen darauf hinaus, dass die Ukrainer, die Russen und die Belarusen drei zusammengehörende Teile der großrussischen Nation sind, dass sie also untrennbar miteinander verbunden sind. Und es geht sogar so weit, dass Putin der Ukraine, dass er ihre Daseinsberechtigung als eine europäische Nation und als ein eigenes Staatswesen abspricht. Er bezeichnet die Ukraine sogar explizit als ein vom Westen geschaffenes Anti-Russland. Wir können also hier schon sehen, wie sehr diese Geschichtspolitik eingesetzt wird, um eine aggressive Haltung Moskaus gegenüber Kiew zu legitimieren. Viele Historiker und Historikerinnen haben in diesem historischen Traktat im Juli 2021 auch schon den Auftakt einer neuen Aggressionspolitik Moskaus gegenüber der Ukraine gesehen. Und das hat sich auch bestätigt, weil die Kriegserklärung, die Putin in Form einer Geschichtsstunde am 24. Februar 2022 gehalten hat, greift diese Thesen wieder auf und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Wir Historiker haben damit natürlich ganz erhebliche Probleme, diesem geschichtspolitischen Verständnis zu folgen. Wir weisen eher darauf hin, dass es in der ukrainisch-russischen Beziehungsgeschichte immer wieder sehr verschiedene Verflechtungs- aber gleichzeitig auch Entflechtungsprozesse gegeben hat. Die gemeinsame Wiege der ukrainischen und der russischen und auch der belarussischen Staatlichkeit, der Kultur und auch der Orthodoxie ist natürlich das ost-slawische, mittelalterliche Staatengebilde der Kiewa-Rus. Nur kann man diese Kiewa-Rus jetzt nicht für eine einzige Nation in Anspruch nehmen. Das ist ein geteiltes historisches Erbe, auf die sich alle Städte, Regionen und auch Staaten beziehen können, die Territorium besitzen, was damals im Mittelalter Teil der Kiewa-Rus gewesen ist. Im 13. Jahrhundert ist dieses ost-slawische Staatengebilde zerfallen und infolgedessen sind die meisten Gebiete der Ukraine Teil des damaligen Großreiches, des Großfürstentums Polen-Litauns geworden. Und erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist es zu Prozessen gekommen, dass Teile der Ukraine nun auch integrale Bestandteile des russischen Kaiserreiches geworden sind. Das zog sich dann im Laufe des 18. Jahrhunderts hin. Wir können aber beobachten, dass es in dieser Zeit gerade von Seiten der militärdemokratisch verfassten Kosakenverbände längst der Ufer des Flusses Dnipro auch Versuche einer vormodernen ukrainischen Staatsbildung gegeben hatte. Das hat nicht funktioniert. Im Laufe der Zeit hat dann die Petersburger Zentralgewalt die Autonomie, die den Kosaken zuerst zugestandene Autonomie, deutlich zurückgefahren. Im 19. Jahrhundert können wir dann beobachten, dass es ein langsam, allmählich erwachendes ukrainisches Nationalbewusstsein gegeben hat. Ein Nationalbewusstsein, das sich dann auch niedergeschlagen hat in der Entwicklung einer eigenständigen ukrainischen Sprache, einer eigenständigen ukrainischen Literatur und auch Musik, die im Europa des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts durchaus einen Stellenwert hatte. In der Sowjetzeit hat es weiterhin auf der einen Seite Phasen gegeben, in der die Moskauer Zentralmacht der Ukraine gewisse Formen einer kulturellen Selbstentfaltung zugebilligt hat. Es gab aber auch immer wieder Phasen, in denen eben vom Moskauer Zentrum aus der zentralistische Zugriff auf die Region gestärkt worden ist. Wir müssen, glaube ich, unseren Blick auf die Ukraine freimachen von dem Einfluss des russischen Imperialismus, der doch auch unseren Blick immer wieder lenkt. Die Ukraine ist definitiv kein Hinterhof oder Vorgarten Russlands. Und die Ukraine ist deutlich mehr als eine Pufferzone zwischen verschiedenen Einflusszonen und auch kein Spielball für die Machtkonflikte zwischen Ost und West. Die Ukraine ist heute ein selbstbestimmter Staat, der sehr lange Zeit in seiner Geschichte gefangen zwischen den Imperien gewesen ist und sich dann sehr mühselig auf den Weg zu sich selbst gemacht hat. Und ein Staat, der jetzt gerade bemüht ist, seinen eigenen Weg in die Welt des 21. Jahrhunderts zu finden. Und das ist völkerrechtlich gesehen ein völlig legitimes Anliegen. These 3. Niemand kann genau sagen, was Putin will. Doch, weil Putin hat die Motive und auch die Ziele seiner Politik von Anfang an klar benannt. Er hat kein Hehl aus seinen Absichten gemacht. Und es gibt drei ganz zentrale Punkte, die für Putins Politik bestimmend gewesen sind. Der erste Punkt, den würde ich als Sozialimperialismus bezeichnen. Also Putin ist es nicht gelungen, als Modernisierer und Reformer Russland für das 21. Jahrhundert fit zu machen. Deshalb will er unbedingt als Eroberer und Kriegsherr Geschichte schreiben und nicht nur sein Land, sondern die gesamte Welt mit Angriffskriegen und herbeifantasierten imperialen Einflusszonen wieder in die dunkelsten Zeiten des 20. Jahrhunderts zurückbomben. Für Putin bedeutet Krieg nicht das Versagen von Politik, sondern wenn man sich die Amtszeit Putin anschaut, wird man feststellen, dass Krieg für Putin vielmehr die politische Möglichkeit darstellte, seine Macht zu festigen und die Gesellschaft hinter sich zu zwingen. Immer dann, wenn Putin Krieg geführt hat, sind seine Zustimmungswerte in der russischen Gesellschaft deutlich nach oben angestiegen. Und wenn man nochmal einen Blick drauf wird, wird man sehen, dass Putin während seiner gesamten Amtszeit eigentlich Krieg geführt hat. Von 1999 bis 2009 den Krieg gegen die abtrünnige Kaukasusrepublik Tschetschenien, 2008 dann den Fünftagekrieg gegen Georgien, dann haben wir mit 2014 die militärische Intervention in den Donbass und seit 2015 auch die Beteiligung am Syrienkrieg mit massiven russischen Militäreinheiten und jetzt natürlich den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der zweite Punkt, der wichtig ist für Putins Politik, der lässt sich auf die kurze Formel bringen, die Entukrainisierung des östlichen Europas. Putin macht keinen Hehl daraus, dass er die Ukraine als demokratische, selbstständige Staatswesen und als eine europäische Nation ausmerzen will, dass er die Ukraine von der Landkarte Europas tilgen möchte. Ihm schwebt ein Vasallenstaat vor, der ganz nach der Moskauer Pfeife tanzt, aber das ist natürlich etwas, was die Ukrainer und Ukrainerinnen selbst nicht wollen. Sie wollen nicht Teil von Putins russischer Welt werden. Und eine demokratisch stabile und auch eine ökonomisch erfolgreiche Ukraine lässt natürlich Putins fossile Diktatur mit ihrem oligarchischen Staatskapitalismus ziemlich alt aussehen. Putin fürchtet darum nicht so sehr die NATO, sondern vor allem die Strahlkraft des europäischen Demokratie- und Friedensprojektes, in das sich die Ukraine einbringen will. Und der dritte Punkt, der Putins Politik und seine Ziele bestimmt, lässt sich auch wieder mit Putin auf den Punkt bringen. Putin hat in einem historischen Traktat im Juni 2020, in dem er über die Bedeutung des Zweiten Weltkrieges nachgedacht hat. In diesem Traktat hat er zum Ende eine neue Konferenz von Yalta sich herbeigewünscht. Das heißt, so wie damals im Frühjahr 1945, sollten in Putins Vorstellungen die Vertreter von drei, vier großen Supermächten, also Russland, China, die USA, eventuell auch noch Großbritannien, zu einer Konferenz zusammenkommen, um dort gemeinsam zu entscheiden, wie sie denn unter sich die Welt in Einflusszonen, in scharf umrissene Einflusszonen einteilen könnten, um dann auch festzulegen, dass die anderen Supermächte nicht das Recht hätten, in diese Einflusszonen hineinzuintervenieren. Das bedeutet, Putin möchte eigentlich die große Zahl der Staaten auf der Welt tatsächlich wieder ganz bestimmten Einflusszonen zuordnen, um ihnen so einen Großteil der politischen Selbstbestimmungsrechte zu nehmen. Das dient natürlich auch dazu, Russland wieder als Supermacht auf der internationalen Bühne zu etablieren. Wenn wir uns genauer anschauen, werden wir feststellen, dass Putin tatsächlich mit dieser Vision von einer neuen Konferenz in Yalta immer noch nicht in der doch sehr komplizierten und verflochtenen Welt des 21. Jahrhunderts angekommen ist, sondern weiterhin in den Denkmustern des Kalten Krieges verhaftet ist, um daraus seine politischen Ziele und politischen Konzeptionen abzuleiten. Also wir haben es hier, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, zwischen einem Konflikt zwischen Vergangenheit des 20. und der Zukunft des 21. Jahrhunderts zu tun. These 4 Die Ukraine ist kein demokratischer Staat, sondern wird vom Westen und von Oligarchen gesteuert. Die Ukraine ist viel zu lang fälschlich als eine tief gespaltene und sowohl von Russland als auch von den USA ständig manipulierte Gesellschaft dargestellt worden. Die Ukrainer und Ukrainerinnen sind bei Weitem keine Marionetten, sondern selbstständig handelnde Akteure und Akteurinnen der Geschichte und der Gegenwart ihres Landes. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, Entscheidungen, die uns hier in Deutschland oftmals einiges an Verständnis abverlangen, um es freundlich auszudrücken. Ein Beispiel der Euromaidan im Jahr 2013, 2014 war kein von den USA organisierter und von ukrainischen Faschisten durchgeführter Putsch, wie dies einige hier in Deutschland mit Verweis auf die russischen Medien darstellen wollen. Es wird oft, viel zu oft wird diese mehr nachgeplappert. Es gibt eine große Zahl von sehr überzeugenden Geschichtskultur-, sozial- und politikwissenschaftlichen Studien dazu, dass der Euromaidan die größte demokratische Massenbewegung Europas seit dem Jahr 1989 gewesen ist. Diese Massenbewegung hat das ganze Land erfasst und auch alle gesellschaftlichen Schichten mobilisiert, um das korrupte und politisch abgewirtschaftete Yanukovych-Regime ihm ein Ende zu machen. Es hat Demonstrationen in der Mehrheit aller ukrainischen Großstädte gegeben. Wir können beobachten, dass getragen von einem sehr enormen zivilgesellschaftlichen Engagement in der Ukraine in den letzten Jahren ein immer stärker werdender nationaler Zusammenhalt entstanden ist. Und das vermittelt vielen Menschen den Eindruck, endlich zu sich selbst in einer immer reifer werdenden Staatsbürgernation zu finden. Es ist aber auch deutlich zu machen, dass es in der Ukraine natürlich heute noch eine ganze Menge ungelöster Probleme gibt. Ich nenne die drei größten politischen Baustellen. Das ist Korruption, Rechtsstaatlichkeit und Medien. Unklar ist momentan noch, wie sich nach Ende des aktuellen Krieges die politische und wirtschaftliche Landschaft in der Ukraine neu sortieren wird, nachdem nämlich jetzt die bis dahin sehr einflussreichen Oligarchen doch einen Großteil ihrer politischen und auch ihrer ökonomischen Macht eingebüßt haben. Deutsche Intellektuelle wehnen sich oftmals schon in einem postnationalen Zeitalter und können darum dem stürmischen, verspäteten Prozess der Nationswerdung in der Ukraine nun nur sehr wenig abgewinnen. Ich zitiere jetzt hier nochmal Jürgen Habermas, der abschätzt sich von der allerspätesten europäischen Nation bezogen auf die Ukraine gesprochen hat. Wer aber so denkt, dem erschließt sich in seiner deutschen Arroganz nicht, was gerade Spannendes in der Ukraine vor sich geht, wie dieses Land darum kämpft, mit allen Herausforderungen und Problemen, die sich dort stellen, in die europäische Familie endlich aufgenommen zu werden und damit auch dem europäischen Zukunftsprojekt einen mächtigen Schub verleihen kann. Und ich finde, dass Europa so einen Schub sehr gut gebrauchen kann. These 5. Die Krim und der Donbass gehören historisch gesehen zu Russland. Bei einem solchen Satz klingeln bei allen Historikerinnen und Historiker gleich die Alarmglocken. Wer nämlich mit historisch gesehenen Zugehörigkeiten argumentiert, redet eigentlich immer einem politisch hochgefährlichen Revanchismus und Revisionismus das Wort. Denn dann geht es immer darum, völkerrechtlich akzeptierte Grenzen zu verschieben. Wenn wir uns darauf einlassen, dann können wir eigentlich die Landkarte Europas neu zeichnen. Da würden überall neue Konflikte und Kriege entstehen. Jetzt konkret bezogen auf die Krim. Die im Schwarzen Meer landschaftlich sehr exponiert gelegene Halbinsel Krim war schon immer seit der Antike von unterschiedlichen sozialen Gruppen und Ethnien besiedelt. Die Krim kann also nicht auf eine nationale Geschichte reduziert werden, sondern es war immer eine multiethnische Geschichte. Die Geschichte einer Halbinsel, die mit den Ländern am Schwarzen Meer und auch im Mittelmeer aufs Engste immer wieder verflochten gewesen ist. Bei seiner Rede zur Annexion der Krim am 18. März 2014 bezeichnete Putin relativ dreist die Krim als den heiligen Ort Russlands, weil hier der Großfürst Wladimir 988 getauft worden sei. Zum einen ist der Ort der Taufe umstritten und zum anderen gilt der Großfürst Wladimir nicht nur in Russland, sondern eben auch in der Ukraine und auch in Belarus als ein großer Nationalheld. Das heißt, die Wiege der ukrainischen und auch der belarussischen Staatlichkeit und der Orthodoxie kann auch auf die Geschichte der Krim und auf die Geschichte der Kiewer Russ zurückgeführt werden. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Krim-Tataren über mehrere Jahrhunderte hinweg, bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, eigentlich die größte Bevölkerungsgruppe auf der Krim darstellten. Hier hat sich im Spätmittelalter und auch in der frühen Neuzeit ein eigenständiges Kanat mit einer islamischen Hochkultur entwickelt. Ein Kanat, das dann ein Bestandteil des Osmanischen Reiches gewesen ist. Und das erklärt heute, weshalb der türkische Regierungschef Erdogan immer wieder sich in die Frage der Krim einmischt. Die Krim wurde erst 1793 vom russischen Kaiserreich erobert und dann annektiert und ist dann im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem russischen Erinnerungs- und Sehnsuchtsort geworden. Im Zweiten Weltkrieg ist die Halbinsel verwüstet und auch entvölkert worden. Schuld daran waren zu einem die NS-Massenmorde, das brutale Kriegsgeschehen, aber auch die stalinistischen Deportationen. Ich erinnere hier nur an die Deportation 1944 von 150 Krim-Tataren nach Zentralasien. Es gab nach 1945 sogar kurzfristig die Idee, aus der damals völlig zerstörten Halbinsel Krim ein sowjetisches Palästina zu machen. Also eine neue Heimstätte der europäischen Juden und Jüdinnen, die den Holocaust überlebt haben. Das wurde dann aber im Zuge des bald aufflammenden spätstalinistischen Antisemitismus zu den Akten gelegt. 1954 wurde dann die Krim Teil der Sowjetrepublik der Ukraine. Das hatte vor allen Dingen damit zu tun, dass am Fluss Dnipro große Infrastrukturmaßnahmen in Form von Wasserkraftwerken errichtet worden sind. Und in der Nähe der heute umkämpften Stadt Kherson zweigt dann ein großer Kanal, der Nordkrim-Kanal, Richtung Krim ab, um die Gebiete in der Krim mit Wasser zu versorgen. Und diese infrastrukturelle Anbindung der Krim an das ukrainische Festland hat dazu geführt, dass im Politbüro unter der Leitung von Khrushchev die Entscheidung getroffen wurde, dass die Krim jetzt Teil der Ukraine sein soll. Und das ist auch so geblieben. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat es kurzfristig Autonomiebewegungen auf der Krim gegeben, aber unter Vermittlung der OSZE und auch der Europäischen Union ist es gelungen, den Konflikt zu befrieden, indem nämlich die ukrainische Zentralregierung in Kiew, der Regionalregierung auf der Krim eine eigene Verfassung und auch ein eigenes Parlament zugesprochen hat und der Halbinsel weitgehende Autonomierechte zugebilligt hatte. Es gab, und das ist wichtig zu betonen, am Vorabend der Krim-Annexion 2014 keinen starken Separatismus auf der Halbinsel Krim. Die Partei, die damals den Anschluss an Russland propagiert hatte, hatte einen minimalen Anteil bei den Regionalwahlen auf der Halbinsel Krim. Kommen wir zum Donbass. Der Donbass, in der Ostukraine gelegen, war lange Zeit eine agrarisch geprägte Region am Rande der Steppenzone mit einer starken Beeinflussung durch die dortigen Kosakenbestände. Und seit den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts ist diese Region dann zu einer wichtigen Schwerindustrie-Region aufgestiegen, mit seinen Bergwerken und mit seinen Stahlfabriken. Zu Ende des 19. Jahrhunderts sprach man auch immer wieder von dem zarischen Ruhrgebiet. Und es sind viele russische Arbeiter dorthin zugesiedelt im Laufe des 20. Jahrhunderts, dann aber auch vermehrt ukrainische Arbeiter und Arbeiterinnen, die eben in den Industriestädten ihr Glück versuchen wollten. Als dann 1991 die Volksabstimmung durchgeführt wurde, in der die Frage der staatlichen Selbstständigkeit der Ukraine entschieden wurde, stimmten auch in den Gebieten Donetsk und Luhansk, 83 Prozent der Befragten für die Selbstständigkeit der Ukraine. Auch hier können wir beobachten, dass am Vorabend des wichtigen Jahres 2014 der Wunsch der Menschen, Teil Russlands zu werden, sehr gering gewesen ist. Es gab nur eine Minderheit, die dem zustimmte. Die Mehrheit war zwar mit der Kiewer Regierung sehr unzufrieden, aber hat niemals die Zugehörigkeit des Donbasses zum ukrainischen Staat infrage gestellt. Was wir hier beobachten können, ist ein sehr starkes Regionalbewusstsein, aber eben nicht die Sehnsucht, Teil der russischen Welt werden zu wollen. Auch hier im Donbass ist der Separatismus von außen, von Russland, in die Gesellschaft hineingepflanzt worden, um eben mit Hilfe geheimdienstlicher Kräfte und einiger Gruppen aus der Region selber zwei mafiös organisierte Pseudostaaten entstehen zu lassen, die beiden Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. These 6. Wer Waffen liefert, verlängert den Krieg. Putin verlängert den Krieg. Ich glaube, hier müssen wir die Verantwortlichkeiten für dieses entsetzliche Kriegsgeschehen, das immer weiter eskaliert, deutlich benennen. Die Wahrheit ist eigentlich relativ simpel. Wenn Russland seine Truppen aus der Ukraine abzieht, haben wir sofort Frieden. Falls die Ukraine den Krieg verlieren sollte oder ihre Waffen streckt, wird es die Ukraine nicht mehr als einen eigenständigen demokratischen Staat und einer europäischen Nation geben, allenfalls nur noch als einen Moskau unterworfenen Vasallenstaat. Wer in der aktuellen Situation, in der Putin ganz offensichtlich auf einen Zermürbungskrieg setzt, der Ukraine keine weitere militärische Unterstützung mehr liefern will, der wirft das Land Russland zum Fraß vor. Es gibt natürlich hier in Deutschland die weit verbreitete Meinung, die Ukraine solle sich auf Frieden für Territorium einlassen. Das heißt, dass man Putin einen gesichtswahrenden Ausweg aus diesem Krieg bieten sollte, indem man ganz bestimmte Regionen, die er jetzt schon annektiert hat, längerfristig und völkerrechtlich auch als Teile der Russischen Föderation akzeptiert. In Deutschland ist es so, dass bei Meinungsumfragen knapp die Hälfte der Befragten dem zustimmen können. Also, dass man Putin Gebiete in der Ukraine zubilligt. In der Ukraine selber stimmen nur ganz, ganz wenige dieser Idee Frieden durch Territorium zu. Über 90 Prozent haben klipp und klar erklärt, dass für sie erst ein Waffenstillstand mit Russland möglich sei, wenn Moskau auf alle annektierten und besetzten Gebiete verzichtet. Und das bedeutet auch den Verzicht auf die Halbinsel Krim. Und jeder Neunte von zehn Ukrainern hat sogar bekannt, dass er auch dafür wäre, den Abwehrkampf und den Krieg, den Überlebenskrieg gegen Russland vorzusetzen, im Falle von russischen Atomwaffeneinsätzen. Also, wir haben es hier mit einem sehr, sehr klaren Votum in der Ukraine zu tun, dass man keine weiteren Gebiete an Russland abtreten möchte. Und das hat natürlich etwas mit den brutalen Kriegserfahrungen zu tun, die in den letzten Monaten doch immer wieder nicht nur die ukrainische, sondern die Weltöffentlichkeit entsetzt haben. Ich nenne hier nur die vier größten Schreckensorte. Einmal die Orte entsetzlicher russischer Kriegsverbrechen, nordöstlich der Hauptstadt Kiew, Butscha, Baradyanka und Irpin. Und dann natürlich die total zerstörte Großstadt Mariupol, die am Aschovsen Meer gelegen ist. Kommt Russland erneut in der Ukraine bei seinem Angriffskrieg mit einem Landraub davon, dann wären weitere Kriege garantiert, sowohl von russischer Seite aus gegen die Ukraine, aber natürlich auch gegen andere Nachbarstaaten. Und hier fällt der Blick natürlich sofort auf Moldawien und auch auf Georgien. Und wir können anhand der russischen Medienkampagne sehr klar beobachten, dass diese beiden Staaten auch schon als mögliche Ziele russischer Expansions- und Sammlungspolitik identifiziert worden sind. Wir müssen uns klar werden, dass heute in der Ukraine viel mehr auf dem Spiel steht, als wir uns das vorstellen. Ich glaube, dass die Zeitenwende, dieser Epochenumbruch uns in all seiner Radikalität noch nicht klar geworden ist. Heute werden die Weichen für die weitere politische Entwicklung des 21. Jahrhunderts gestellt. Und das bedeutet, dass man sehr sorgfältig überlegen muss, wie dieser russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beendet werden kann. Neue Sicherheit und neue Ordnung wird es nur geben, wenn es in der Ukraine zu einem dauerhaften und gerechten Frieden kommt, damit endlich wieder hier dem Völkerrecht zur Geltung verholfen wird. Wenn wir den Landraub Putins zulassen, könnte das natürlich ganz gefährliche Nachahmer auf den Plan rufen. Und ich erwähne hier immer nur die Taiwan-Frage auf eine Insel, auf die China schon einen Blick geworfen hat. Aber es gibt auch andere aufstrebende Regionalmächte, die durchaus aggressiv reagieren, um von ihren innenpolitischen Schwierigkeiten abzulenken. Saudi-Arabien und Iran wären weitere Beispiele. Es ist klar, dass alle Möglichkeiten ergriffen werden müssen, um Moskau dazu zu bewegen, endlich einzusehen, dass man die hochgesteckten Kriegsziele in der Ukraine nicht erreichen kann. Und erst dann wird der Kreml zu wirklichen Verhandlungen bereit sein, um fortan dann auch tatsächlich die Ukraine in Ruhe zu lassen. Ob das mit Putin im Kreml möglich ist, das bezweifeln viele. Ob es eine Entputinisierung der russischen Politik und der Gesellschaft geben wird, die viele für sehr wünschenswert halten, das steht aktuell noch in den Sternen geschrieben. Falls es kommt, müssen wir uns auf jeden Fall auf eine sehr riskante Phase des Machtvakuums und der Unordnung in Moskau einlassen. Es ist relativ einfach vorauszusagen, dass Russland, wie auch immer sich die Machtverhältnisse im Kreml gestalten werden, kurz- und mittelfristig weiterhin ein sehr schwieriger politischer Partner bleiben wird. Das heißt, wir werden auch 2023 weiter ungewissen politischen Zeiten entgegensehen. Es wird vielfach bei einer Gratwanderung bleiben müssen, unserer deutschen und auch der europäischen Politik. Einerseits die Ukraine zu ertüchtigen, dem Ansturm Russlands standzuhalten, auf der anderen Seite aber auch darauf zu achten, dass dadurch keine Eskalation des Krieges ausgelöst werden wird. Diese These ist im hohen Maße unredlich und auch sehr ärgerlich. Der mit dem Friedensnobelpreis 2021 ausgezeichnete Chefredakteur der russischen Kreml-kritischen Zeitung Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, hat schon im Frühsommer 2022 angesichts der immer regider werdenden Zensurpolitik in der russischen Föderation von einem vom Kreml verfügten Mediengenozid in Russland gesprochen. Russische Medien überschlagen sich mittlerweile vor lauter Hetze, Hass und Hurra-Patriotismus. Es gibt eine unsägliche sprachliche Enthemmung, vor allem in den zahlreichen politischen Talkshows, in denen dem russischen Publikum die Politik des Kremls nahegebracht werden soll. Es gibt einen Überbietungswettbewerb, wer am radikalsten auftritt. Hier werden leichtfertig Kriegsszenarien durchgespielt und auch Tötungsfantasien vermeintlicher Feinde immer wieder der Öffentlichkeit vermittelt. In Russland selber heißt das Fernsehen schon seit Jahren Zombie-Kiste, weil es nämlich seine Zuschauer und Zuschauerinnen mit dieser Art der Lügenpropaganda immer mehr zu politischen Untoten macht, die einfach nur die vom Kreml vorgegebenen Losungen nachplappern und nicht mehr in der Lage zu einem eigenständigen kritischen Denken sind. Und diese russischen Staatsmedien durchdringen mit ihrer Lügenpropaganda auch immer mehr die deutsche Debatte. Und es gibt hier in Deutschland genügend Helfershelfer, gerade im Bereich der sogenannten alternativen Medien, die sich nur zu gerne vor den Karren der Moskauer Staatspropaganda spannen lassen. Auch hier werden gezielt Fake News gestreut, um die deutsche Öffentlichkeit im Sinne des Kremls zu beeinflussen. Glücklicherweise gibt es mittlerweile auch schon spezielle deutsche und europäische Medienformate, die sich darauf konzentrieren, diese russische Lügenpropaganda zu entlarven. Und das ist ihnen schon wiederholt sehr, sehr überzeugend gelungen. Und wir können beobachten, dass der Kreml bei seinen Öffentlichkeitsoffensiven sich das klare Ziel vorgegeben hat, bestimmte Milieus in Deutschland immer mehr dem demokratischen Diskurs zu entfremden und so gesellschaftliche Spaltungsprozesse voranzutreiben. Jetzt noch ein Blick auf die westlichen, auch auf die deutschen Medien. Natürlich sind auch die Qualitätsmedien hier bei uns nicht fehlerfrei. Aber wir müssen doch zumindest anerkennen, dass sie sehr, sehr selbstkritisch sind und auch ihre Fehler immer wieder reflektieren. Und dass die westlichen Qualitätsmedien auch darauf ausgerichtet sind, immer wieder ein breites Spektrum von Meinungen darzulegen und abzubilden. Es gibt hier einen sehr seriösen und auch einen sehr kompetenten Journalismus, der immer wieder die Regierungspolitik heftig kritisiert. Dafür brauchen wir uns einfach nur die politischen Talkshows bei uns im deutschen Fernsehen anschauen. Regierungspolitik ist das Lebensexilier des deutschen Journalismus. Etwas, was es in Russland in dieser Form überhaupt nicht gibt. Und klar, es gibt einzelne journalistische Lügner und es gibt auch Skandale in den öffentlich-rechtlichen Medienanstalten. Aber insgesamt müssen wir doch feststellen, dass wir eine sehr gut aufgestellte Medienlandschaft haben, die sehr ordentliche politische Aufklärungs- und Bildungsarbeit leistet. Und gerade was jetzt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft, können wir von Seiten der Osteuropa-Forschung feststellen, dass es gegenüber dem Jahr 2014, dem Jahr der Krim-Annexion und der Donbass-Intervention, es doch einen klaren Zuerwerb an Kompetenz auf Seiten der deutschen Qualitätsmedien gegeben hat. Es gibt zahlreiche aufschlussreiche Reportagen, zutreffende Berichte und auch gut analysierende Artikel, die es vermögen, der deutschen Gesellschaft wichtige Einsichten und auch Analysen über die aktuelle Situation im östlichen Europa zu vermitteln. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass es im Internet neue Medienformate gibt, die ein gutes Angebot machen und die in der Lage sind, auch tatsächlich kritische Diskussionen aufzugreifen und dazu Klarstellung zu beziehen und in unserer Öffentlichkeit neue Akzente zu setzen. Das heißt, die Unterschiede zwischen den russischen und den deutschen Medien sind so gigantisch, dass sich jeder Vergleich zwischen den Medienlandschaften eigentlich erübrigt. These 8. Die Ukraine und der Westen hätten den Krieg längst über Verhandlungen beenden können. Die von Ali Schwarzer und von Sarah Wagenknecht auf den Weg gebrachte Initiative, um das gemeinsam formulierte Manifest für den Frieden, diese Initiative entspringt natürlich dem weit verbreiteten und allseits geteilten Wunsch, dem Blutvergießen in der Ukraine endlich ein Ende zu machen. Aber sie entspringt auch einer Unkenntnis der politischen Situation im östlichen Europa. Seit Wochen und Monaten ist doch zu beobachten, dass die russische Armee neue Großoffensiven im Donbass vorbereitet. Zugleich ist der politische Druck auf den belarussischen Staatschef Lukaschenko in Minsk deutlich gestiegen, weil der Kreml erreichen will, dass bielorussische Truppen gemeinsam mit russischen Verbänden vom Norden her erneut einen Sturmangriff auf Kiew wagen sollten. In dieser Situation, in der Russland offensichtlich das Kriegsgeschehen weiter eskalieren lässt, an die deutsche Bundesregierung, an den Bundeskanzler heranzutreten, mit einer Petition doch diplomatische Lösungen nun auf den Weg zu bringen, ist meines Erachtens ein Ausweis politischer Blauäugigkeit. Darüber hinaus irritieren mich bei diesem Manifest für Frieden die Zwischentöne, die zu vernehmen sind, sowie die zahlreichen blinden Flecke, die sofort ins Auge springen. Es fehlt beispielsweise eine klare Benennung der Verantwortlichkeiten für diesen Krieg, dass wir es hier mit einem vom Kreml provozierten Angriffskrieg zu tun haben. Stattdessen wird sehr nebulös darüber fabuliert, dass Zelensky offensichtlich Russland völlig besiegen will, ohne überhaupt zu erwähnen, dass die Ukraine durch den russischen Angriffskrieg in einen Überlebenskampf hineingestürzt worden ist, in dem es um das Sein oder Nichtsein der Ukraine als demokratische Staatswesen und als europäische Nation geht. Darüber hinaus ärgert mich sehr, dass immer wieder eine strukturelle Ähnlichkeit der Ukraine und Russlands nahegelegt wird. In der Ukraine haben wir es aber mit einem demokratisch verfassten Staatswesen zu tun, das noch zahlreiche politische Herausforderungen und Aufgaben zu lösen und zu meistern hat. Russland hingegen ist in der letzten Zeit zu einer immer totalitärer werdenden Führerdiktatur geworden, in der den Menschen freie Meinungsäußerungen untersagt wird. Hier haben wir es nicht mit einer gut organisierten politischen Zivilgesellschaft zu tun, wie wir das in der Ukraine stark beobachten können. In Russland sind die zivilgesellschaftlichen Initiativen rigoros beschnitten und unterdrückt worden. Und ein weiterer Punkt, der mich sehr irritiert, ist die Tatsache, dass in diesem Friedensmanifest immer wieder von Kompromissen gesprochen wird, ohne dass Wagenknecht Schwarzer und ihre Unterstützer klar benennen, was sie damit eigentlich im Sinn haben. Wo denn die Kompromisse liegen könnten, um einen Waffenstillstand auszuhandeln. Was sie offensichtlich nicht wollen, ist deutlich zu sagen, dass sie sich für Putin einen sich einen gesichtswahrenden Ausweg aus diesem Krieg wünschen, indem die Ukraine weiter große Teile ihres Staatsterritoriums an Russland abgibt.